Per Voreinstellung berechnet Excel automatisch die Gesamtergebnisse der Spalten bzw. Zeilen. Aber auch Teilergebnisse erscheinen, sobald es welche zu berechnen gibt, was in dieser Beispieltabelle im Augenblick noch nicht der Fall ist. Sobald Sie jedoch das Feld Niederlassung in die Zeilenbeschriftungen ziehen bzw. besser die Abkürzung über das Häkchen nehmen, liefert Excel postwendend die Teilergebnisse. Um die Darstellung der Teilergebnisse anzupassen, wechseln Sie zuerst zum Register Entwurf der Pivot Table Tools und machen sich als dann auf den weiten Weg vom rechten zum linken Fensterrand, wo Sie schließlich auf das Symbol Teilergebnisse klicken. Teilergebnisse nicht anzeigen würde die Ergebnisse ausblenden. Im Augenblick kommt die dritte Variante zum Tragen, die Summe der Niederlassungsergebnisse erscheint also oben in der Regionszeile. Mit der Option Alle Teilergebnisse unten in der Gruppe anzeigen, drehen Sie den Spieß um. Jetzt fügt Excel nach der letzten regionalen Niederlassung jeweils eine neue Zeile mit den Teilergebnissen ein. Um den Originalzustand wiederherzustellen, wählen Sie die Variante Alle Teilergebnisse oben in der Gruppe anzeigen. Nicht nur Teil, sondern auch Gesamtergebnisse für Zeilen und Spalten können Sie bei Bedarf ausblenden. Im Normalfall sind Sie für Zeilen und Spalten aktiviert.